Dein Sohn, der Anwalt. Wie geht es ihm? Im Nachlass meiner Schwester bin ich auf Briefe gestoßen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Kannst du mir nicht nebenbei helfen? Das geht nicht so. Nebenbei. Das ist ein Vollzeitjob. Oh, durch die Gläser kannst du doch gar nichts sehen. Völlig verdreckt. Das ist sie. Meine Tante Adele. Gemalt von Gustav Klimt. Es ist wunderschön. Sie hing bei uns zu Hause, bis wir enteignet wurden. Und seitdem wird sie im Belvedere in Wien ausgestellt. Und du willst wieder mit ihr vereint sein. Wäre das nicht wunderbar. Glauben Sie wirklich, Österreich würde dieses Bild rausrücken, damit es über dem Sofa einer alten Dame hängt? Es wäre ein Fehler, es nicht zu versuchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich zurückkomme. Das ist unser Zuhause. Am Abend meiner Hochzeit war halb Wien zu Gast. Mrs. Altman, willkommen in Wien. Sie werden Ihnen so viele Steine in den Weg legen, wie irgend möglich. Das Gemälde gehört Mrs. Altmans Familie. Sie ist die Mona Lisa Österreichs. Wir werden für das kämpfen, was unserer Meinung nach uns gehört. Ich lasse nicht zu, dass man mich nochmal bemüht. Ich möchte eine Klage einreichen. Wir verklagen den österreichischen Stab. Schönen Tag noch. Sie werden niemals gewinnen. Wir sind nicht hier, um Kuchen zu essen. Sie haben mich die ganze Zeit behindert und mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Meine Damen und Herren, das ist ein historischer Moment. Die Menschen sehen nur ein Meisterwerk eines der größten Künstler Österreichs. Aber ich sehe ein Bild meiner Tante. Einer Frau, die mit mir über das Leben sprach. Das ist wie in einem James-Bond-Film. Und du bist Sean Connery. Und du bist! Und du bist? Aber ich sehe. Und du bist Raum.